Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, Tim Torben. Ich bin wieder nicht alleine, denn ich habe Tobi und Florian mit dabei. Hallo ihr beiden, hallo, hallo. Torben will mal wieder gewinnen. Ja, natürlich will ich gewinnen. Ich glaube die letzten Non-Packen ist hier drin. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und wir spielen auf dem Map Steampunk, einer unserer Lieblingsmaps 4x3. Das sollte so, ich setze jetzt mal fünf Minuten voraus. Wirklich. Also entweder sind wir dann ziemlich schlecht oder die Gegner ziemlich gut, wenn es fünf Minuten an sind, ohne jetzt arrogant zu wirken. Mittlerweile ist das nicht mehr so wie früher. Also viele vercampen sich teilweise auch und sparen Gold hier auf der Map. Wow. Das sind nicht mehr die Traditionen, so wie man sie früher hat. Das war aus den schönen Zeiten geworden, ey. Ja, diese Richtlinien damals, das war echt eigentlich so die beste Zeit. Kaum spielt man mal ein Jahr lang kein Minecraft mehr. Eben. Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als noch die guten alten Zeiten am Start waren. Blau ist in der Mitte. Ja, ich auch. Flo schreit wieder ohne Ende, wie immer. Tom, baust du gleich unser Bett bitte zu? Ich bin beim Gegner. Dann baue ich das eben zu. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, wir werden auch schon angegriffen. Ich bin auch tot. Ah, ne, ich hab's geklärt. Flo hat's geschippt. Flo hat's gedittet. Äh, Tom, hiel ich ein Eisen für dich. Vom Händler. Vom Dealer. Ich höre hier doch grad irgendeinen Sound. Uutsch! Schön so. Von wegen, dass es nicht wie in den Knallroten, äh, Knallroten gehalten sei. Ich hab ein Knallroten, äh, Knallroten gehalten sei. Jawoll, Tobi. Ich bin tot. Ich hätte dich vorwarten können. Ja, ich wusste nicht, dass der einen Knüppel hat. Ich, ich hätte dich vorwarten können, aber dachte ich mir so, nö. Mein Gott, das ist wie in den Knallroten halten sei. Genau so ist es. Ich hab erst mal mit einem Blauen gehalten, ne? Äh, Leute, wir haben ja ein Problem. Was denn? Da kommt einer. Es war von oben. Von oben, vom Baum. Oh, sagt das du eh. Er ist dumm wie ein Stück Scheiße. Er ist runtergefallen. Dein Ernst? Ist er runter? Ja. Ja, dann lass schnell zu Blau. Boah, dieses Grüne. Äh, wo war das? Hast du das getötet? Da Blau oben rum? Nee, Grün hat eigentlich überlebt. Torben sagt mir, wenn er es mich angreift. Hä? Wo ist Grün? Der kommt zu uns, Torben! Ja, ich... Nice. Wow. Anstatt du irgendwas mal sagst? Ich mach mir hier gerade viel mehr Sorgen, wo der eine Grüne war. Also jetzt mittlerweile gleich. Siehst du, ist alles cool. Torben. Äh, wo ist das Problem? Ja. Hätt ich nicht reagiert, wär der ruhig. Nein, ich bügel doch meine Fehler auf. Da ist ein Grüner. Ja, ich wusste es. Wo? Wo? Wo ist der? Gleich tot. Ach da. Wuh! Krieg ich Wannung. Ich bin tot. Oh, ich hab einen neuen Eisen und ein Gold. Das tue ich mir in die Kiste. Ey, ich wär fast beim blauen Bett. Oder war da, aber... Ja, ich war eben schon beim grünen Bett. Ja, aber lass drüben doch erstmal einen Gold. Die haben eh nichts. Äh, doch, die haben gerade Gold. Ja. Aber die Blow ist gefährlicher. Die sind Premates. Ja, einer kommt. Kommst du denn? Der kommt zu uns. Ja. Wir dann gehen mal töten. Und der kommt locker von oben. Ich dachte, du wolltest auf mich gehen. Da kommt noch einer von unten. Okay. Und... Habe ich. Unten habe ich. Alles klar. Hast du gesagt? Nein, ich weiß es nicht. Aber... Ja, ich geh gucken. Geht ihr mal weiter. Ja, oben ist einer. Der baue ich da rein. Ich baue mich mal. Hast du ihn? Der ist runtergefallen. Ja, der ist runtergefallen glaube ich auch. Da hat sich noch einer ein Stück. Ja, der ist runtergefallen. Da kommt noch einer. Okay. Haben ihn. Haben ihn. Lauf. Torben, wir gehen blau töten. Du bleibst in der Base. Ja, ich hole Gold. Ich hole Gold. Oh, ich bin direkt hinter dir. Ja. Sag's. Nein, ich auch. Torben, der kommt in die Mitte. Ja, ich bring das Gold nach Hause. Ja. Ich hole mir da oben. Boah, das ist traurig auf Steampunk. Dass wir es jetzt auch machen. Aber okay. Hier. Und hier. Florian, du kannst dich auch einen Bogen holen. Bin ein bisschen abgetaucht. Kauf direkt zwei Bögen, ne? Achtung, die kommen, die kommen, die kommen. Tobi, wir brauchen die schnell. Hier, die sind am Steg. Oben. Wo? Am Steg. Ich würde mit Y. Einer ist bei uns. Einer ist bei uns. Tobi. Jetzt kill doch mal den anderen hier oben. Wo ist denn oben? Da. Ja, am Baum. Wo die immer sind. Wo du die eben schon getötet hast. Ja, da treffe ich die. Einer ist bei uns im Haus. Mann Flo. Ja, ich hab doch gesagt. Mann Flo. Ich hab gefragt, wo du gesagt hast. Ja, wenn Torben mich die ganze Zeit voll labelt, Alter. Ja, weil ich, ich hab dir gesagt, woher die kamen. Und du hast keine Reaktion gezeigt. Ja, Torben, auf dem Steg. Ja, auf dem Steg. Es sind die 150, die die zu uns gebaut haben. Nein, die haben oben einen Steg zu uns gebaut. Wo soll es denn noch oben sein? Ja, außerdem treffe ich den da auf dem Baum nicht. Die waren nicht auf dem Baum. Die waren auf dem Steg am Baum. Wo ist denn hier am... Junge, bist du... Du hast da gerade eben einen... Wolltest du einen töten? Nö, da hab ich ihn auf Alibi hingeschossen. So, jetzt erstmal safe zu Ende spielen. Ja. Du wärst gerade übrigens wieder gestorben. Hier ist noch ein Bogen in der Kiste, wie gesagt. Wär ich nicht da gewesen, wärst du gerade übrigens wieder gestorben. Kommt einer jetzt noch mit. Doch, einer hat sich von hinten auf den Rückschussknüppel angestiegen. Ich geh jetzt noch oben auf den Baum. Ich hab keine Ahnung, was jetzt los ist. Ja, ich bleib unten am Steg. Ja, hast du einen Bogen? Ja. Gut. Flori, wie sieht's mit dir aus? Äh, Flo, du bist da ein bisschen zu offensiv. Ich hab dir mal den Rücken freigehalten. Ja, ne, geh da zurück. Habt ihr den Rücken freigehalten? Nein, wir gehen da jetzt drauf, Flo. Nein, warte noch. Warte doch noch. Wir können zu dritt gehen. Mach halt mal. Ja, dann komm doch vorne oben. Torben, Flo, holt euch Rüstung. Torben, rüste dich aus. Ich hab, ich hab... Ja, klar, Torben. Du hast unseren Bogen, den du dann verschwendest, weil du direkt tot bist. Ich halt mich ja zurück. Guck jetzt hier zum Beispiel. Ah, dann schieß mal auf Grün, bitte. Ja, weil ich den getroffen hab. Torben. Ja? Die ist auf Grün. Oh ja. Die am Bogen. Hilfe. Ja, einer ist in der Mitte. Einer ist Torben. Du musst... Nein, die haben... Torben! Wo bist du? Ja, in der Mitte. Ja, warum gibst du keine Ansage? Das hab ich doch für ihn gemacht. Nein. Und jetzt zieht euch zurück. Ich hab... Ich hab zwei Herzen. Flo, renn weg. Ja, jetzt rennt zurück. Ja, ich... Die haben Bogen. Alter, Torben. Ohne Spaß. Was, Tobi? Gebt mir doch Ansagen. Du hast nichts gesagt. Leute, ein Schild war... Du hast nichts gesagt. Du hast gesagt, hilf Flo. Ja, was soll ich denn machen? Ja, in der Mitte. Ja, nee. Du hast nicht in der Mitte gesagt. So, ich hab übrigens den Grün mit Bogen mal getötet. Weil das irgendwer nicht hinbekommen hat. Schild, Leute. Ich konnte einen Schuss auf den geben. Da hat er mich runtergeschossen. Ihr wär fast gestorben. So, also ich halte die so ein bisschen im Schach. Äh, ich hab kein Gold mehr. So, jetzt rüstet euch vernünftig aus, dass jeder einen Bogen hat. Hab ich. Okay, komm. Wie hast du das überlebt gerade, Alter? Da kamen doch 10 Leute. Ja, weil ich die abgeschossen hab teilweise. Naja, und ich hab die nebenbei halt abgeschossen. Ja, gut. Und ich hab gute Kreistretten. Vorsicht, da ist einer. Der ist gut. Okay, Flo, komm. Wir halten grün den Schach. Äh, blau in der Mitte, blau in der Mitte. Der hat keinen Durchschluss bekommen. Ja, ja. Hab ihn. Also der rennt zu uns. Ich glaube, die haben nur noch eine Krüppe. Wollen wir zu blau? Äh, ich will nicht den Typen abschießen, der sich zu grün blaut. Blaut. Ja, dann lass zu grün. Äh, zu blau. Nein, zu grün. Lass zu blau. Die haben keine Krüppe mehr. Aber grün hat doch jetzt an zwei Seiten. Ich halte grün in Schach. Ihr schafft das. Beilt euch. Beilt euch. Ich halte grün in Schach. Nein. Doch. Ach, Mann. Alter, jetzt spielt doch nicht wieder so kack, ey. Da sind... Ihr seid zwei gegen zwei. Und ihr habt volles Equip und die null. Wozu soll ich helfen? Der ist hier beim Baum. Es ist viel wichtiger, dass die jetzt nicht an noch mehr Gold kommen. Und die werden jetzt gerade von zwei Seiten angegriffen, Tobi. Du musst mal... Ich schwör dir, wenn ich jetzt hier sterbe, dann... Dann ist es deine Schuld. Nein! Boah! Ein. Ein. Nice. Komm Flo. Töt ihn. Nein! Schön. Nice. Fuck. Was hast du probiert? Ja, aber siehste, was ich geschafft habe. Was hast du nur probiert? Ja, ich habe die von der anderen Seite angegriffen und der grüne kam von oben. Okay. Spiel safe. Spiel safe. Oh, ich bin vom Schenkel. Ihr könnt die holen. Die haben nur noch einen Equip. Der hat aber... Der hat einen Bogen, pass auf. Ja, warte. Warte. Ja, aber der ist beschäftigt, Tobi. Okay, warte. Die sind alle beschäftigt, weil die... Der gelbe... Das hätte ich nicht gemacht. Ich wäre einfach hingerannt. Ja, rennt, 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 rennt. Der Blau lebt auch noch. Sehr schön, sehr schön, Flo. Hol ihn dir. Der Blau ist oben bei denen. Ja, ja. Alles gut. Nice. Great job, Leute. KD3, wie lange gespielt? Oh, voll rumgeschrien, ey. Und wie lange wir gespielt haben. Na, neun Minuten. Neun Minuten. Was steht das? Ja, ne, ich hab... Ich guck in Audacity. Um die neun Minuten. Ja, aber der stand doch früher da immer. Ja, steht da auch irgendwo. Wobei vielleicht nur, wenn man neun... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist ja egal. Ja, eine Runde hängen wir noch hinten dran. Eine Runde hängen wir noch hinten dran. Mhm. So, dann sind wir wieder auf der tollen Map. Wonderland. So heißt das doch, oder? Was denn? Ja. Vier mal drei. Ja, das ist Wonderland. Wicked Wicked Wonderland ist das. Oder Flo? Ja, hat sich doch ein bisschen verbaut. Ja. Ja, Leute, nicht so viel Brunze. Was machst du denn, Flo? Gucken wir uns das mal an. Das habe ich nicht verstanden. Boxkampf. Ach, Leute. Schöne, schöne Kamera hier, die ich auf dich gehalten habe, Flo. Mein Gott. Mann! Ich geh gleich wieder auf, Kar, Mann. Hey, seid mal nett. Ah. Essliche Scheißwege, Blöcke, Kutz. Minecraft. Genau das. Warte, vervollständig immer den Weg hier. Bitteschön. Das geht. Äh, das Ding ist, die Gegner verlassen das Spiel. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja. Komm, bau schnell, bau schnell, bau schnell. Bau schnell, du musst nicht mehr hochbauen. Oh ja, stimmt. Bum bum. Doppel du Gold. Äh, linksrot. Linksrot. Gebt mir Deckung. Ich habe gut Gold. Fuck, hier kommt man nicht hoch. Ich hasse diese Dinger. Nein! Ich habe einen Block zu wenig. Oder ne, den habe ich nicht. Alles gut. Nein! Rot, Flo. Vorsicht. Könnt zu uns kommen. Na, ich bin... Ich bin am Start. Äh, Tobi, ich werfe dir Gold hin. Und Eisen. Jo. Sehr schön. Great job. Flori, wenn du stirbst, ich habe hier einen Bogen in die Base gelegt. Neben dem Verkäufer. Das ist natürlich aber noch die... Das haben wir gewonnen, Leute. Ganz klar. Ja, gut. Ja, das hat er ja nicht mehr wegkamen. Ich hole rot. Äh, Flori, der liegt einen Bogen. Nimm dir den auch mal mit. Alles klar. Danke schön. Oh, nur Dino. Oh. Äh, hier. Ein Eisen. Kannst du immer was tolles von kaufen. Er hat mir den Hit seines Lebens gegeben. Er hat mich über die Mauer gehittet. Äh, wo warst du gerade? Bei Rot. Äh, wenn du kommst. Aber die haben einen Bogen. Also ein bisschen Vorsicht. Ich habe auch einen. Ein bisschen Obacht. Du sagst, das gewinnen wir easy. Wir haben erst dein Bett zerstört. Ja, aber guck dir mal die anderen Player an und wir haben Bögen. Wer hat den denn? Ach der. Ja, irgend so einen Unikryptor. Den solltest du mit zwei, drei Schüssen kriegen. Oh, wow. Der hat einen guten Bogen. Ja? Ja, der macht ordentlich Schrauben. Ja, also konnte ich nicht beurteilen, weil ich hatte keine Rüstung. Nimm dich jetzt aber auch gleich down sein Nas. Sehr schön, okay. Ich komme. Hätte ich gerade Blöcke dabei gehabt, dann hätte das vielleicht was werden können. Naja. So, ich bin auch equipped. Was soll's. Tobi, warte ruhig. Ich riskiere das nicht. Du killst hier, ich hole das Bett. Alles klar. That worked out well. So, grün ist tot. Rot auch. Oh, that was my bad. Wow. Das finde ich frustrierend. Hoppala. Äh, ich brauche einmal kurz bei uns. Jo. Hatte noch nicht, leider hat echt wenige Leben. Okay Flo, ähm, ist doch easy, oder? Ich hab mich nicht bemerkt. Ja, er hat mich gar nicht bemerkt. Lol. Toi. Ich helf dir, warte. Skillstattin mit nem Bogen. Bowscram. 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 Oh. Hast du meinen Fall gesehen, oder was? Ich hab einfach gar nichts gemacht. Bowscram. Leute. Das war's. Das war ziemlich einfach. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Ähm. Wenn ihr wollt, dass es schwieriger wird, spielt gegen uns. Genau. Und abonniert uns, weil dann wird's schwieriger. Ja. Bei uns. Äh, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr alles eine positive Wertung da habt. Und, äh, wenn ihr es noch verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Und... Tschüss. Ciao. Ciao.